Musik Unsere Welt verändert sich. Und vielen wird bewusst, dass der Mensch Einfluss auf diese Veränderungen hat. Jeder Zweite will wissen, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden. Im Schnitt verbraucht jeder von uns 20 Kilogramm Baumwollstoff pro Jahr, dessen Produktion durch einen hohen Wasserverbrauch und enormen Einsatz von Pestiziden gekennzeichnet ist, die die Umwelt stark belasten. Der weltweite Anteil biologisch angebauter Baumwolle beträgt gerade mal 0,1 Prozent. Durch die Globalisierung legt ein T-Shirt oft bis zu 18.000 Kilometer zurück, bis es von der Rohstoffherstellung über die Veredelung zum Käufer gelangt. Der Absatz von Fairtrade-Produkten hat sich zwar verdoppelt, steht aber gerade mal mit 70 Cent einem Gesamtkonsum von 16.000 Euro pro Person gegenüber. Glor bietet eine Plattform für fair produzierte Waren und zeigt, dass hochwertige Mode und die Herstellung im Einklang mit Mensch und Natur kein Widerspruch sein muss. Glor. Globally Responsible Fashion.